Der Mann, der die Leiche gefunden hat, ist kurz danach gestorben. Und seine Ex-Frau, die dabei war, ist verschwunden. Auf dem Bildschirm war für ein paar Sekunden lang ein Brunnen zu sehen. Wenn das jemand sieht, dann... Wer ist das? Sie haben diesen Brunnen auch schon gesehen. Dieses Experiment ist gefährlich. Was du auch tust, es wird niemanden retten. Ich sehe Geister. Untertitelung des ZDF, 2020